So Leute, 360-Football hier. Heute ein neues Video mit altbekannten Gesichtern von letzter Woche. Kevin, Taha. Heute gibt es eine Challenge. Wir machen drei verschiedene Challenges. Freistoß, Touch, Schuss und Volley-Dropkick. Willst du noch was sagen? Ja, mal schauen, wer gewinnt. Ja, stimmt. Taha, freust dich auf die Schüsse von uns. Kannst kaum erwarten. Legen wir los. So, Challenge Nummer 1, Freistoß. Wie ihr letzte Woche schon gesehen habt, der Typ hat diesen Schuss. Darum, ich muss jetzt auch liefern. Wir haben fünf Schüsse. Ja. Mal schauen. Zeig mal, was du kannst. Ja. Kannst du besser? Ja. Ja. Und jetzt? Der geht rein. Ja. Zwei von ... Eins von zwei. So, jetzt kommt Pirlo. Uff. Easy, easy. Ja. Wir sind ... Drei von ... Vier, oder? Vier, oder? Ja, voll bestimmen. So, der letzte Schuss. Vier von fünf. So. So. Nicht schlecht. So, jetzt ist Kevin dran. Jetzt habe ich Druck. Der Druck ist sehr hoch. Darum ... So, Leute. Vier Tore von fünf Schüssen. Kevin muss jetzt liefern. Der Druck ist hoch. Jetzt habe ich Druck, ja. Ja. Aber ... FC Schaffhausenspieler kann mit Druck umgehen. Darum ... Mach das Feste draus. Ja. Ja, Taha. Wichtig. So. Ja. Jeder muss rein. Das war vorhin schon so. Ja, komm. Mach die restlichen drei noch. Komm, komm. Geht besser. Letzte Woche hast du rasiert. Der ist schlechter. Komm, komm, komm. Einer geht noch rein. Ja, das sind die Schüsse, die ich sehen wollte. Ja, letzter, komm. Aber es geht besser. Ja, Leute. Challenge Nummer eins geht an mich. Hatte Glück, muss ich sagen. Ansonsten riesen Schuss. Gehen wir weiter zur nächsten Challenge. Ja, Leute. Challenge Nummer zwei. Kevin spielt mit seinem hohen Ball zu. Ich muss mit einer Berührung den Ball abnehmen. Dann einen Schuss. Er darf aber nicht in den 16er rein. Mal schauen, was ich so drauf habe. Pass auf. Ich weiß die neue Ball. Ich bin ein guter. Ich habe jetzt nicht gewalt. Im simulationen. Ich bin ein guter. 1, 2, 3, 3, 4. Hey, was ist los? Wie viel noch? Noch einer, oder? Ja Leute, nur ein Tor gemacht. Ich hoffe, Kevin macht keins, aber pscht. Noch einer. Ah, Fuß brachen. Hoppa! 1, 2, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Challenge 2 vorbei. Unentschieden. Jetzt kommen wir zur dritten Challenge. Ball hochspielen und volle. Okay. Man kann den Ball drop nehmen oder volle direkt. Kriegen wir los. Challenge 3. Challenge 3. Ohohohohoho. Ohohohohoho. Ohohohoho. Ohohoho. Ohohoho. Nein! Nein! Kein Tor, was los? Besser Schuss. Ein Tor. Kevin ist dran. Ja, klar. Klasse gewesen. Zwei Punkte. So. So. Leute. Ein Sieg, ein Sieg. Und ein Unentschieden. Das heisst, wir müssen wohl oder übel eine vierte Challenge machen. Machen wir Penalty schießen. Drei Schüsse pro Person. So. Erster Schuss geht an mich. Ich bin nicht so der Beste im Penalty schießen, aber es sollte reichen heute. Ja! Ja Leute! 1 zu 0. Mit dem klassischen Chip. So, Kevin ist dran. Jorginho. Jorginho. Par excellence. Jorginho. Schlecht geschossen. Aber Torhüter auf dem falschen Fuss verwischt. 2 zu 1. Jorginho. Der Druck ist hoch, Kevin. Jawoll. Du kannst spekulieren. So. Wenn ich das so mache, habe ich gewonnen. Nervös, nervös. Wie im FIFA. Super. Nein! Fuck! Zu arrogant. Meine Güte. Mal schauen jetzt. Ja, jetzt macht er auf sicher. 2 zu 2. Das ist deine Ecke, oder? Ja, Leute. Ja, Leute. Jetzt wird sicher gespielt. Du musst ihn machen, oder? Ja. Ja, schwierig. Leute, der Druck ist enorm hoch. Ja, Leute. Wenn ich nur mal im Spiel solche Elfmeter schießen würde. Katastrophe. Ganz frech. Ganz frech. Psst. Leute, das ist ein ganz spannendes Spiel. Ganz spannend. So, Kevin. Du musst ihn machen. Du weißt das. Ich mach jetzt. Ich mach jetzt. Mal ein bisschen. Ja. Risiko. Ja. Risiko. Also, komm. Komm. Hoppa. Ja, Leute. Dann muss ich auch. Ein bisschen Risiko. Komm. Ja, entscheidender. Stark, Taha. Stark. Komm, komm. Komm, Taha. Du hast ihn. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Danke, danke. Wieso hattest du genau meinen Schuss? Wieso mein Schuss? Immer diese Seite. Ja, Leute. Das war's mit dem Challenge-Video. Kommentiert, was ihr als nächstes sehen wollt. Folgt Kevin auf Instagram. Wir blenden uns hier ein. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Kevin. Danke, Jungs. Hat Spaß gemacht. Und immer wieder gerne. Leute, wir sehen uns.